Schöne Grüße, Valentin Challenge aktiv, Leute. Neue Season, neue Aufgaben. Natürlich etwas, was zum Leveln wir gibt. Es gibt eine Menge zu sammeln, natürlich auch eine Menge zu entdecken. Live-Event war mega nice, aber eines der Aufgaben ist es, finde goldene Artefakte nahe das Spire. Das Spire finden wir in der Mitte der Map, logischerweise hier herum. Und dort sollen wir ein bisschen rumsuchen und das Ganze finden. Und ich zeige euch die Locations, wo ihr das Ganze holen könnt. Eines der ersten Artefakte findet ihr ungefähr an dieser Stelle, also weiter rechts. Um euch erstmal zur Orientierung zu helfen, ziemlich nah an dem Turm dran, gibt es hier so eine Treppe, die hochgeht. Nicht da unten die Häuser, nicht da unten die Häuser. Hier die Treppe, geht ihr hoch, wo es hier so quasi einen kleinen Marktplatz gibt. Und hier seht ihr schon etwas blau leuchten. Und hier haben wir schon unser erstes goldenes Artefakt. Das ist Nummer 1. Ich laufe zu Nummer 2. Gerne schon natürlich Like-Button, Abo-Button, Glocke reinhauen. Wenn euch diese Videos helfen, natürlich ihr es zu diesem 50s verfassen wollt und gerne auch den Zweitkanal auschecken. Ausgehend von dem goldenen Lama, was ihr gefunden habt, geht ihr den Markt hier entlang, linke Seite. Hier gibt es eine Treppe hoch. Geht diese Treppe hoch. Durch die erste Tür, nicht weiter die Treppe hochgehen. Geradeaus durch. Und dann findet ihr hier. Sieht nicht goldig aus, aber lässt sich einsammeln und dass das Spiel crasht. So, und wenn das Spiel nicht crasht, sammelt ihr das Ganze ein. Ihr seht es, es zählt als goldenes Artefakt. Hier geht es zu Nummer 3. So, nächstes Artefakt ist etwas nördlicher. Direkt am Turm. Hier direkt am Turm. Nördliche Seite. Gibt es dann einen kleinen Torbogen. Da sind Holzbretter davor. Einfach aufbauen. Quasi am Anfang der Windeltreppe, die dann komplett hoch geht. Genau hier am Sockelanfang Lama einsammeln. Habt ihr eure drei Stück mit dem ersten da, bevor das Spiel gecrashed ist. Gerne natürlich abwarten. Wie schon gesagt. Andere Videos ausschecken, Playliste abspeichern für Season 5. Ich werde euch dann natürlich helfen. Auch bei den ganzen Schmetterlings-Artefakten werde ich euch auch helfen. Und geht einfach so. Flop.